Moin Leute willkommen zurück zu einer neuen Folge Asphalt Legends. Wir müssen kurz was reden und zwar werde ich in kürzen irgendwie eine kleine YouTube Pause hinlegen, aber nur eine kleine, keine Sorge. Die PS4 Slim ist gerade sehr total im Arsch. Weil anders kann ich es leider auch nicht sagen. Die ist einfach komplett im Arsch. Tut mir wirklich sehr leid Leute. An diejenigen, die, keine Ahnung, mir jetzt schon länger auf YouTube folgen, aber diese vier ist komplett am Absterben. Ich weiß selbst nicht warum, aber sie ist einfach nur am Absterben. Ja, also werde ich meinen Videokanal zu einem meiner Hauptkanäle machen, damit ihr auch viel mehr Videos sehen könnt auf dem Kanal als sonst wo. Der Vlog-Kanal wird dann anders aussehen als man denkt. Aber genau deswegen mache ich jetzt eine 50. Folge. Um euch nur kurz zu erklären, dass ich einfach eine 40. Folge Asphalt Legends Unite drehe. Und ja. Ich habe selbst extremst Schmerzen. Was das Ding mit der Playstation angeht. Ich mag das echt nicht, wenn ich meine Playstation so... Am Ende ihrer Limitzeit benutze. Ich kann auch kein Assassin's Creed Mirage mehr spielen. Also müsst ihr jetzt alles über meine andere Version gucken. Über Playstation. Über eine neue Playstation. Also tut es mir wirklich von Herzen leid. Und von Herzen tut es mir auch weh, dass ich wieder alles von vorne machen muss. Aber naja. So ist das Leben, ne? Aber naja. Keine Sorge, ihr werdet noch auf diesem Kanal ein paar Videos sehen. Aber jetzt halt nicht mehr so oft, wie man denkt. Weil ich mich dann erstmal auf meinem Vlog-Kanal konzentriere. Konzentriere. Aber... Hier läuft es weiter ab. Aber ich werde halt nur im Kost das Fight Legends Video heute mal drehen. Zu sagen, wie läuft es jetzt erstmal ab. Die nächsten Zeiten. Zeitlich. Oder sterbt dieser Kanal jetzt enggürtig ab. Diese Antwort heißt Nein. Keine Sorge, dieser Kanal sterbt nicht ab. Er wird jetzt nur noch zum Produzieren von Videos ohne CD gemacht. Wie Assassin's Creed Mirage müsst ihr euch leider dann auf der anderen Kanal mit JasonTheGamerXD angucken. Oder keine Ahnung. Ab heute kommen keine Spiele mehr mit CD auf meiner Playstation. Auf YouTube. Es tut mir wirklich extrem weh, das zu sagen. Aber ich kann es halt nicht ändern. Okay? Ich kann das halt nicht ändern. Es ist so, als würde ich einen Teil von das aufgeben, was ich schon immer geliebt habe. Aber wenn halt das nicht funktioniert auf der Playstation, muss ich das halt so machen, dass ich auf der einen Playstation für euch CD Let's Plays drehe. Und auf dieser Playstation, die ich hier gerade benutze, spiele ohne CD-Spiel für euch. Warum? Ist einfach zu erklären. Ich habe einfach einfach keinen Bock mehr. Ich möchte jetzt nicht mehr hinter ihr rennen. Zug. Aber naja... Das war's für heute. Ich weiß, einige Leute finden das auch nicht geil, dass ich jetzt sowas machen vorsteigen muss, dass ich den einen Kanal jetzt aufgebe. Nein, Jason Christian, man wird weiter fortgesetzt. Der Account. Jason der Gamer XD wird ab heute auch teilweise zum Let's Play Account. Ja. Ich wollte das echt nicht machen. Ganz ehrlich. Ich werde dazu abgezwungen, Scheiße zu machen. Will ich allerdings gar nicht. Ich weiß, was ich da weiß, was ich da weiß, was ich da weiß. Ich weiß, was ich da weiß, was ich da weiß. Ich 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 weiß, was ich da weiß. Das ist so eine Mogulerei, was ich hier tue. Wenn ich ganz genau weiß, wie ich zum Spielen irgendwie hab. Nein. Nein. Alles von vorne, ich kann kotzen. Aber ich glaub bei Jason, also der Gamer, ich seh den Vlog Kanal, ich werd den ja jetzt komplett umbauen. Zum Teilweise im Let's Play Kanal, aber naja. Dann ist er halt jetzt ein Let's Play Kanal. Den können wir alle nichts tun. Okay. Okay. Das war's für heute. 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 Das hier und das nächste Video machen. Und dann für erstmal finito. Morgen wird's ein bisschen schwieriger. Weil morgen will ich den neuen Account aufbauen. Und zwar Jason der Gamer XD wird teilweise zum Let's Play Account. Das heißt, guckt euch das denn an. Ich beende jetzt erstmal hier. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. 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 Ciao.